Stress und Angst sind Abwehrmechanismen des Körpers, die es ermöglichen, bestimmte Situationen vorzeitig zu erkennen und die besten Mittel bereitzustellen, um diese zu lösen. Doch nicht immer sind wir fähig, Stress richtig zu managen und werden davon häufig stark belastet. Auch biologische Faktoren wie Veranlagung können dazu führen, dass Angstgefühle die Gesundheit direkt beeinflussen. Es ist wichtig zu lernen, wie Stress gemanagt werden können. Darüber hinaus müssen Prioritäten gesetzt werden und auch Hilfe von anderen Personen ist sehr wichtig, um diese Bela-Ständen-Situationen zu bewältigen. Zusätzlich kann die Ernährung ebenfalls einiges dafür tun, Stress und Angst einfacher zu regulieren. Die Ernährung hat direkten Einfluss auf den physischen und emotionalen Zustand. Deshalb empfehlen wir dir heute drei leckere Mix-Getränke, die dir helfen werden, Stress und Angst einfacher zu managen. Lies weiter, um mehr darüber zu erfahren. Dieses Mix-Getränk enthält wertvolle Antioxidantien und Mineralstoffe, die dir helfen werden, die Muskeln zu entspannen und gleichzeitig die neuromuskuläre Transmission fördern und die Gesundheit der Blutgefäße verbessern. Du solltest nicht vergessen, dass die Wirkung dieser Mix-Getränke bei regelmäßigem Konsum besser wird. Deshalb empfiehlt es sich, jeden Tag ein Glas zu trinken, um von allen Vorteilen zu profitieren. Auch diese Empfehlungen können helfen. 7 Tipps Um Stress abzulegen, trinke dieses am Vormittag oder am Nachmittag, wenn du von der Arbeit nach Hause kommst. Du bist überrascht, dass man für dieses Getränk Tofu verwendet. Tofu zählt zu den Nahrungsmitteln, die am meisten Calcium enthalten. Ein Mineral, das ausgezeichnet gegen Stress und Angst hilft. Calcium sorgt für einen ausgeglichenen Elektrolythaushalt und ist notwendig, um die Nerven und die Hormonausschüttung zu regulieren. In Kombination mit den Vorzügen der Avocado, die reich an Omega-3-Fettsäuren ist, kann Angst gelindert werden, da damit ein entspannender Effekt erzielt wird. Erdbeeren sind ebenfalls wunderbar gegen Stress und Angst. Denn sie enthalten viele Vitamine der B-Gruppe, B1, B2, B3, B6 und B12. Kleiner als 7120.678 besser unterstrich Sizes unterstrich Desktop unterstrich Generic unterstrich Box unterstrich Mittel unterstrich Down Binde Strich größer als größer als größer als größer als größer als größer als Google Tag CMD Push Function Google Tag Define Slot 7120.678 besser unterstrich Sizes unterstrich Desktop unterstrich Generic unterstrich Box unterstrich Mittel unterstrich Down 300, 250, 336, 280, DIVGPTAD 1503391790647-0 Sertargeting, Red, Folz, Sertargeting, Section, 4, Sertargeting, URL Stress und Angst mit diesen natürlichen Mixgetränken wirst du dich besser fühlen. Z-Targeting, Topic, Default, Z-Targeting, Mafil-Type, Get-M-R-F-P, Z-Clip-Sempty-Diff-True, True, Ad-Service-Google-Tag, Pubatz-Google-Tag, Enabled-Services-Google-Tag, Display, D-I-V-G-P-T-A-D-1503391790647-0 Ein Vitamin-B-Mangel kann zu Schlaflosigkeit führen und erschwert die Kontrolle von Stress und Angst. Lesetipp Wie wirkt sich Stress bei Frauen aus? Zutaten 1 kleine Avocado 8 Erdbeeren 50 Gramm Tofu 1 Glas Wasser 200 Milliliter Zubereitung Kaufe wenn möglich Zutaten aus biologischem Anbau. Schäle die Avocado und entferne den Kern. Schneide das Fruchtfleisch, um es besser verarbeiten zu können. Danach die Erdbeeren waschen und halbieren und alle Zutaten in den Standmixer oder Blender geben. Gut verarbeiten und in deinem Lieblingsglas servieren. Dieses Mixgetränk schmeckt köstlich. Mixgetränk mit Tomate gegen mentale Erschöpfung und Stress Du bist überrascht, dass man für dieses Getränk Tofu verwendet. Tofu zählt zu den Nahrungsmitteln, die am meisten Calcium enthalten. Ein Mineral, das ausgezeichnet gegen Stress und Angst hilft. Ein Vitamin-B-Mangel kann zu Schlaflosigkeit führen und erschwert die Kontrolle von Stress und Angst. Lese Tipp Wie wirkt sich Stress bei Frauen aus? Dieses Mixgetränk schmeckt köstlich. Wie bereits erwähnt, gibt es Nahrungsmittel, die grundlegende Funktionen regulieren und gleichzeitig für innere Ruhe und Wohlbefinden sorgen. Auch Knoblauch solltest du regelmäßig in deinen Ernährungsplan einbauen. Knoblauch auf nüchternen Magen? Probiere dieses Rezept am besten gleich aus. Auch dieses Getränk ist am Morgen ausgezeichnet. Profitiere auch du davon. Vielen Dank! Vielen Dank. 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 Vielen Dank.